Hallo Leute, ich heiße hier, kein neues Video von mir. Ich bin von der... äh, ok, ok, lot. Herzlich willkommen. Ich zeige mich jetzt auf einen neuen Ort, ja. Und falls ich euch frage, ja, ähm, über das Update, ne, habe ich schon ein Video gemacht, wieso kommt es jetzt erst 20 Uhr oder so, oder nachher sogar, keine Ahnung. Ja, das liegt daran, weil ich erst um 4 Uhr oder so und die Switch rein konnte, also und die Switch-Server war die ganze Zeit da und dann muss ich essen, dann Gleichkeit und dann, neul, deswegen habe ich da ein Video gemacht mit Coolieboy, aber das war nicht so gut. Vielleicht kommt es später nochmal online und wann. Und jetzt wollte ich erst mal so ein Video machen, weil, ja, es ging halt vorher nicht, weil es ging schon, aber ja, ich muss das Video ein bisschen schneiden, so. Ja. Auf jeden Fall, ich gebe in der Mitte einen neuen Boss. Ja. Und hier ein Batman-Haus. Warte, Leute, ich zeige euch das. Okay, Leute, auf jeden Fall, hier ist das Batman-Haus. Das ist ja nicht was labber, ich dachte, muss ja irgendwo sein, Leute. Also, irgendwo hier ein Slurpee-Swim. Ja, Leute. Keine Ahnung, und wo bin ich hier, muss es sein. Okay, Leute, die nächste Runde angekommen. Ich zeige euch jetzt mal das Batman-Haus, Hündchen. Und es wohnt leider keine Batman-Höhle, vielleicht kommt es hier noch. Da ist noch hier Flash-Factory, da hinten, ein neuer Ort, sieht ihr vielleicht schon. Ne, meine Jugio-Herausforderung gibt es noch. Ne, so Fußball, muss man ins Tor schießen, dann bekommt man den, habe ich doch nicht ganz fertig. Ja, auf jeden Fall, checkt das Video mit Cooliboy ab, wenn ich das und weil hochladen werde. Ja, da sieht ihr es dann auf jeden Fall und mal gucken, wo jetzt diese Batman-Hütte ist. Wer ist denn das? Okay, ich mach bitte durch. Ich weiß nicht so genau und wo ist Slurpee, muss es sein? Komm, scheiß, Revolver reicht mir. Und wo ist es? Schweizer Banschwo, Deswegen Leute, irgendwo hier muss es sein. Und wo hier Slurpee? Aber ich weiß nicht so 100% wo. Das werden wir aber mal gleich herausfinden, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Ich mach ein Kartenvideo an dem Haus. Bis gleich. Okay Leute, 10 Stunden geführt später. Ich glaube, ja, hier haben wir es eigentlich gefunden. Die neue Batman-Hütte ist hier in Slurpee. Nachgeführt, keine Ahnung wie viele Stunden, es war bestimmt schon eine halbe Stunde oder so, habe ich es jetzt endlich mal gefunden. Ist ganz nice. Und hier oben noch so ein Dachboden. Das ist glaube ich aus dem Comic von Batman und Catwoman. Hier sieht aus wie Deadpool-Lama. Hier hat er sich so ein PC entgestellt, ein paar Bücher. So ein Shuriken oder wie es heißt, diese Wurststände. Hier so eine Tafel wie bei Iron Man, aber hier kennt man leider nichts. Und Leute, ich zeige euch noch was. das ist in der Nähe. Slurp. Slurp. Wie heißt das, äh? Ich bin gerade lost. Slush Factory. Ja, genau. Slush Factory heißt es. Es ist ja... Ja, ich laufe schon richtig. Das ist immer nicht mehr in der Zone, leider. Bis gleich, Leute. auf jeden Fall, Leute, hier ist das Slush Factory. Hier ist auch so ein nicer PC, bei dem man sich glaube ich einen Pump kaufen kann oder so. Auf jeden Fall hier, Leute. Hier ist es. Batman-Insel, keine Ahnung. Einen Moment kommt er wieder. Keine Ahnung, welches Alien hier abgestürzt ist. Auf jeden Fall ganz nice. So eine nebelige Insel. War hier etwa nebelig. Auf jeden Fall, Leute. Star Wars, Mandalorian. Modus kommt glaube ich wieder und noch und was. Es klappt ne Star Wars Waffe am 4. Mai, also jetzt der 27. April, also ungefähr ne Woche. Leute, Star Wars Day, Star Wars Tag kommt glaube ich. Ja. Wir gucken uns mal wieder vom O-Bahn mit Impuls. Ja, Leute, so sieht's auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bleibt gern gesund, harterein, Leute. Ciao. Was ich noch sagen wollte, gleich kommt Gameplay zu der neuen Season, was alles neu ist. Das ist jetzt nur, was ich euch gezeigt habe, neue Orte. Und ich will sagen, ich flexi noch ein bisschen. Ja, es kann besser. Ich weiß, aber guck mal, ich spiele auf Nintendo Switch. Nicht auf PC. Ja, Leute. Auf jeden Fall, bin ich dagegen, sehen wir gleich, oder. Nur mal, die Runde, ich lade jetzt mit das hoch, weil sonst wird zu spät. Auf jeden Fall, ciao, Leute, das war's mit dem Video. Auch da rein, und ciao.